Wir sind echt schnell, ne? Okay, nächster. Okay, nächster. Da ist noch einer. Okay. Nee, bleib bitte da, Bude, und so. Okay. Okay. Wegen Reparatur. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Thales-Abführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten Sie auf Trab. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stellen? Ja, wollen wir. Das ist der Plan. Okay, Vanguard, mir nach. Wir geben wir uns zu Victorum. Ich weiß halt bloß nicht, wie geil dieser Plan ist, aber... Mal wieder ein bisschen hier. So. Sind wieder leicht ausgerichtet hier. Mal gucken. Das war jetzt relativ einfach, muss ich sagen. Aber ich bin mit meinem Maus-Dingsbums hier und so noch nicht zufrieden. Das muss irgendwie anders gehen. Konzentriert eure Schilder, bevor sie das Feuer eröffnen. Mhm. Schildsteuerung. Du kannst deine Schilder zum Bug oder zum Heck deines Schiffs konzentrieren, um auf einer Seite für maximalen Schutz zu sorgen. Während die andere Seite ungeschützt bleibt. Du kannst deine Schilder auch ausgeglichen verteilen, sodass Bug und Heck gleichermaßen geschützt werden. Das wäre dann, halte C, um die Schildfokus-Auswahl zu öffnen. Das ist jetzt... Ah, Bug. Schalte das Zielefassungssystem aus. Mit C, oh Gott. Energie auf die vorderen Schilde. Trotz des ganzen Schadens ist dieses Ding noch gefährlich. Darum hat die Talos-Gruppe bei der Verfolgung so gelitten. Ich wollte die Victorum brennen sehen. Aber sie stehen. Das gefällt mir noch viel besser. Okay. Gut. Ja, ich ging Singria, die zu öffnen. Okay. Treppe C? Äh, äh, T-T-T-T-Trippe. Tippe C an und die Schild wieder. Genau. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den internen Systemen. Okay. Scann nach einer Schwachstelle, an der die Endermannschaft einsteigen kann. Du bist an Bünd. Ein Sternzerstörer aufbrechen. Genau wie in der alten Zeit. Let's get- Okay. Oh. Okay. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas zu tun? Wo? 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 Wow. Nadine. Was tust du da? Meine Schilde sind ausgepeilt. Ja. Da ist was zum... Unter schwerem Beschuss. Jaha. Ich weiß. Die Schilder sind deaktiviert. Die Schilder sind deaktiviert. Die Schilder sind deaktiviert. Die Schilder sind deaktiviert. Alles wieder im Luft. Hier. Wir können das Team hier einschicken. Wir sind immer fester, okay? Wir sind schnell kurz verboren. Alter, was mach ich denn? Da wollte ich gar nicht hin. Okay, einmal wieder drehen. Gerne geschehen. Ich geb mir Mühe. Da wollte ich, da wollte ich überhaupt nicht hin. Joa, den hab ich einfach mal... ...ist ihn gekillt, wa? Okay, kriegen wir. Krieg ich hin? Puh, okay. Ja, wir kriegen das hin. Äh, nee, zwei. So. Nochmal. Und der... Die Abfangjäger. Ja, nicht nur deiner. Wir bringen die Endermannschaft sicher ans Ziel. Folgen wir zum Treffen. Wir geben in Deckung. Okay. Vanguard, los jetzt. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay, also mit den Tasten und allem muss ich echt noch ein bisschen klarkommen hier. Kann das sein, dass ich hier eigentlich ständig angerumpft werde? Ich frage nur für einen Freund. Ich frage nur für einen Freund. Mhm. 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 Fortgeschrittene Zielerfassung. Standardmäßig berücksichtigt dein Zielerfassungssystem nur Einsatzziele. Du kannst diese aber mit dem Zielerfassungsrat ändern. Du kannst das Zielerfassungssystem beispielsweise auf Flaggschiffsysteme einstellen, um dich auf die Subsysteme eines tödlichen Sternenzerstörers zu konzentrieren oder auf alle Feinde, um Feinde ins Visier zu nehmen, die nicht missionskritisch sind wie die Tailläger vor dir. Wat? Halte 5, um das Zielerfassungssystem zu öffnen, um alle Feinde auszuwählen. Lasse 5 los und deine alle. Okay. Äh, hoch. Jetzt legen wir sie in Einzelteile. Wir sind viel zu weit weg, oder? Äh. 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 Okay. Okay. Puh! Das ist direkt unter mir. Ah, das Trägerschiff ist erledigt. Okay. Okay. Der Feind hat mich erfasst. Nächster Feind. Ich muss erst mal wieder aufladen ein bisschen. Aua! Ey! Du Arsch mit Ohren! Puh! Noch einer. Wo ist er? Komm, du Sack. Komm, du bist doch schon fast so weit. Ja, du bist am Arsch. Hoho! Puh! Okay. Huiuiuiui! Ganz so anstrengend, sage ich euch. Also, das Schiff hier mal wieder ein bisschen aufbasteln hier. Das ist ja... Schießt du etwa auf mich? Hallo? Och, nö. Äh, hallo? Oh, okay. Ja, ist auch gut. Ja, das Schiff gehört uns. Ihr habt es nicht geschafft. Und Projekt Starhawk hat jetzt einen Sternenzerstörer. Yay! Ab hier übernimmt ihr Wenkab. Ich skortiere die Thanos-Kruppe zu einem sicheren Zufall. Ausgezeichnete Arbeit. Es ist echt schwierig bei dem, ähm, hier beim Spielen, bei dem Projekt echt zu reden, weil man ist dann so mittendrin. Echt schlimm. Äh, mit der Unterstützung von Wedge Attilis hast du den Sternenzerstörer Victorum eingenommen. Welche Rolle dieser für Projekt Starhawk spielt, ist noch ungewiss, aber Linton Javes verspricht baldige Antworten. Okay. Medaillen-Info. Können wir uns ja mal angucken. Ähm, Mission 2 in 13 Minuten oder weniger abgeschlossen. Äh, okay. Okay. Mit Keo mal reden. Das nenne ich mal eine Mission. Das hat mehr Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternenzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem Zürdenmond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Ich bin irgendwie chaotisch. Und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Aber ich hab vorhin gesehen, wie Thrist Commander Jake genervt hat. So wie ich Thrist kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Hm, das kann schon sein. Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternenzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Ja, man weiß es halt nicht, ne? Das Richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenze in der Alphabet-Stapel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Mhm. Aber ihr Lieben, ich würde sagen... Oh, den gucken wir uns aber noch an. Hallo! Na? Was auch immer du bist. Okay. Okay, ihr Lieben, was soll ich mir hier ansehen? Äh, okay. Cockpit. Das ansehen. Aha. Okay, okay, okay. Ah, stehen wir auf der anderen Seite. Okay. Oh je, wusste ich gar nicht. Hallo. Guten Tag. Äh, bleib doch mal hier. Hallo. Ich? Okay. Ja gut. Wir gehen mal ins Cockpit. Wir gehen mal ins Cockpit. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich stelle mich noch an wie der letzte Bulli, aber es kommt. Es kommt. Äh, nicht zu viel verlangen ist halt auch nur ein Spiel, ich bin kein Profi und äh, puh, naja, ein paar Tasten konnte ich mir ja schon merken, aber ich werde garantiert noch ein paar Mal sterben. Also, oder halt einfach einfreezen mittendrin. Na ja, mal schauen. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, beende ich das hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.